HSM erklärt, wie sie mit dem richtigen Aktenvernichter ihre Daten schützen. Das ist Barbara. Sie hat eine eigene Unternehmensberatung und entsorgt Dokumente unbedarft im Papiercontainer. Doch das ist gefährlich und außerdem gesetzlich verboten, sofern es sich dabei um personenbezogene Daten handelt. Schließlich weiß man nie, bei wem die Daten landen. Ein großes Risiko für potenziellen Datenmissbrauch. Daran hatte Barbara gar nicht gedacht. Doch ihr Mann Stefan weiß Rat. In seiner Kanzlei werden vertrauliche Daten mit Aktenvernichtern von HSM geschreddert. Er erklärt Barbara, dass es bei der Aktenvernichtung sieben genormte Sicherheitsstufen gibt. Deswegen muss sie erstmal wissen, welche Art von Datenträgern in ihrer Firma anfallen und wie sensibel die Daten überhaupt sind. Bei allgemeinen Dokumenten genügt schon eine niedrige Sicherheitsstufe, bei der die Datenträger nur in Streifen geschnitten werden. Für vertrauliche oder sogar streng vertrauliche Daten muss man eine höhere Stufe wählen. Hier werden die Datenträger in kleine bis winzige Partikel geschreddert. Je kleiner, desto unwahrscheinlicher ist die Wiederherstellung des Originals. Jeder Aktenvernichter hat aufgrund seiner Kraft beim Motor und Schneidwerk eine bestimmte Schnittleistung. Diese gibt an, wie viele A4-Blätter der Aktenvernichter auf einmal schneiden kann. Die Durchsatzmenge hängt von der Partikelgröße ab. Benötigt man eine mittlere Sicherheitsstufe und möchte dabei trotzdem 20 Blätter gleichzeitig schneiden, braucht man einen hochwertigen, leistungsstarken Schredder. Barbara ist neugierig und besucht die Webseite von HSM. Hier staunt sie, wie viele verschiedene Aktenvernichter es gibt. Für ihre sensiblen Daten auf Papier entscheidet sich Barbara für die Sicherheitsstufe P4. Außerdem muss sie CDs und Kreditkarten zerkleinern. Und weil den Aktenvernichter auch ihre Angestellten nutzen und daher eine ganze Menge Akten anfallen, benötigt sie ein Gerät mit großem Auffangvolumen. Nun weiß Barbara, worauf sie bei der Auswahl des Aktenvernichters achten muss. Über den HSM Produktfinder gelangt sie zu einem Aktenvernichter, der genau ihren Anforderungen entspricht. Perfekt! Das Modell hat robuste Vollstahlschneidwellen, denen sogar Heft und Büroklammern nichts anhaben können. Mit den messerscharfen, gehärteten Schneiden zerteilen sie Datenträger mühelos. Und das dank der hochwertigen Qualität aus nachhaltiger, ressourcenschonender Produktion made in Germany. Barbara ist erleichtert. Sie muss sich nun keine Sorgen mehr um die Sicherheit ihrer geschäftlichen und privaten Daten machen. Auf der sicheren Seite mit Aktenvernichtern von HSM Weitere Informationen auf www.hsm.eu oder im Fachhandel